Hallo und herzlich willkommen hier zu den Gerati TV News. Heute mit dem Thema Angriff nach Zirkusbesuch in Basel. In den letzten Wochen häufen sich Übergriffe von radikalen Tierrechtlern auf Zirkusbesuchern. So wurde erst kürzlich im Bundesland Brandenburg durch eine von dem Finsterwalder Tierschutzverein angemeldete Demonstration Passanten und auch Zirkusmitarbeiter angepöbelt und bedroht. Selbst als die Polizei dort eingriff wurde man gegen die Polizei massiv handgreiflich und widersetzte sich der polizeilessigen Maßnahme. Der neueste Fall von Übergriff auf Zirkusbesucher ereignete sich in Basel in der Schweiz. Nach der Vorstellung des Schweizer Zirkusknie attackierte ein Mann erst Zirkusmitarbeiter und ging dann auf ein Paar los, was gerade aus der Vorstellung kam. Der Angreifer verfolgte das Paar und griff diese Durchschläge an. Dabei stürzten beide zu Boden. Ein Passant, der die Angriffe mitbekam und dem Bein zur Hilfe eilte, wurde selbst von dem Angreifer niedergeschlagen und verletzt. Erst ein Mitarbeiter der Securitas, der mit einem Hund unterwegs war, intervenierte. Er überwältigte den Angreifer und wartete bis die Polizei eintraf. Der Angreifer, ein 43-jähriger Schweizer, widersetzte sich anfangs der Festnahme und war auch gegen die Polizei sehr aggressiv. Die drei verletzten Personen wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Es ist nicht bekannt, ob der Mann der radikalen und gewaltbereiten Tierrechtsszene zuzuschreiben ist. Aber, dass dieser erst die Zirkusmitarbeiter anpöbelte und letztendlich sich schwächere Opfer aussucht und verfolgte, ist typisch aus dieser Szene. Man darf gespannt sein, ob Peter hier auch eine Pressemitteilung herausbringt. Obwohl Dr. Edmund Haferbeck, Leiter der Rechtsabteilung von Peter Deutschland, ja selbst solche Straftaten gern als Peanuts bezeichnen. Haferbeck hat vor seiner Zeit bei Peter selbst schon mal einen Tierlaborchef bedrängt. Mit anderen zusammen Parolen gerufen. Eine Fensterscheibe ging dabei zu Bruch. Das hatte Konsequenzen für ihn. Eine Bannmeide ums Haus. Er darf sich dem Laborschef nur auf 200 Meter nähern. Die muss man dann auch mal zeigen, was Sache ist. Da muss man auch mal hingehen. Das ist überhaupt kein Problem. Und es waren keine Straftaten. Gut, sie haben im Zivilurteil einen Beschluss gekriegt. Nicht jeder auf 200 Meter. Und das ist doch Peanuts. Ich bitte Sie, das ist wirklich Peanuts. Peter sieht diese Straftaten als legitimes Mittel der Tierrechtsarbeit an. Wie seht ihr die Entwicklung der radikalen Tierrechtsszene, die immer gewaltbereiter wird? Natürlich versuchen diese, wie im Fall des Finsterwalder Tierschutzvereins, die Schuld immer auf die anderen zu schieben. Über diesen Vorfall habe ich hier auf Gerati bereits berichtet. Ich werde dazu natürlich auch noch ein Video veröffentlichen, da sich gerade dieser Tierschutzverein, wie er sich bezeichnet, sehr skurril verhält. Also man versuchte zum Beispiel meine Artikel bei Facebook und bei Twitter erfolglos zu sperren. Aber dazu, wie gesagt, in einem weiteren Video. Bewertet dieses Video und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Tschüss.